So Leute, da bin ich wieder. Ja, ich hab den typischen Anfängerfehler gemacht und nicht gespeichert. Ja, da musste ich also noch alles neu spielen. Von Kenny Speicher ab. Aber was soll's. Das war mein erstes Let's Play, da darf ich es noch. Bisschen tricksen, ne? Blöde Biene. Na, brauch zum Speichern. Fach. Na komm schon. Leicht hektisch heute. Ist ja auch schon 4 Uhr morgens. Didi, willkommen zurück. Das machen wir alle. Euch lassen wir in Ruhe. Da passen wir auf. Und da war die Schlucht. Ja, der Controller hackt ein bisschen. Und weiter geht's. Reifen, Reifen, Reifen. Das sind Bienen. Oh, oder auch Wespen. Ich sag Bienen. Mein Krimling. Jetzt aber komm. Dankeschön. Das war wieder knapp. Ciao. So... ... Den brauche ich nicht. Exit, das brauche ich. Zwei Minuten um nächstes Level. Und ab und zu mal Speicher ich. Go, stop. Go, stop. Der Rewe. Krokis. In Teil 2 seid ihr viel gefährlicher. Darüber schläfst du ruhig weiter. Hier vor mir nichts zu befürchten. Ich will hier nur durch. Boah, jetzt kann man rollen. Ein Glück, ein Decay fast. Und der Reifen ist futsch. Was mache ich jetzt noch? Ah, so geht das auch. Ein Glück, Mensch. Ich sehe schon das Ende kommen. Wow. Das wird der Endspurt. Und Dankeschön. Exig. 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 Bad Mühlstein. Mehr brauch ich nicht. Einfach durch. Durch. Und den lassen wir nur. Denn die sind sehr stark. Stärker als so kleine Wischte von Affen. Ja, das sollte ein Roller werden. Bam. Die Schlangen sind cool. Schmacksschlangen. Aus diesem Grund tötet ich sie auch. Auch hier. Das ist Ironie. Da, das war die Rache. Boah. Keinen Fehler machen. Ach, du Scham. Das ist ja ein Anfängerfehler. So. Jetzt machen wir ernst. Donkey. Gefährliche Schlangen. Was musste passieren? Was musste passieren? Und durch. Dankeschön. Meine Damen und Herren. Hier kommt der Endboss. Nicht dieser alte Opa, sondern Nekkis Knacker. Du kriegst eins auf die Fresse. Und schon wieder. Aha. Och, das war die Rache. Ja, das wäre ein bisschen lächerlich, wenn ich jetzt kaputt gehen würde. Denn der ist so ziemlich einfachste von allem. Ähm. Hehe. Ja. So. Jetzt. Immer mit der Ruhe. Das war nur ein selben Schrei auf Lagerer. Pinkes Fisch. Flamingo, du. So. Danke für die Banane. Nintendo. Ab ins Traumtal. Geierfeier. Geier sind niedlich. Das, Wacke. Hm. Necki und Mini-Neckis sind das. Das sind die Neckis. Hehe. Dankeschön. Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich würde ungern Game Over gehen. Das wäre ein wenig... peinlich. Ich bin nicht gar lächerlich. Immerhin sechs Leben habe ich noch. Bloß das Nullte. Scheiß drauf. Da bist du wieder. Hier muss man selten mal abschlagen. Ist in den nächsten Teil ein bisschen anders. Da kann Dixie fliegen. Aber hier ist Donkey nur ein bisschen schwerer. Ich weiß es noch nicht so wichtig, dauernd abzuschlagen. Besonders wenn man keine Bonusfester will. Die Namen sagen mir alle gar nichts. Das habe ich schon nie gemerkt. Jo. Weiter geht's. Boah, der ist so fürchterlich, dieses Fisch. Weiter, weiter, schneller. Zack. Zack. Und zack. Und nochmal. Da ist doch schon das K. Was? Erst das K? Wollen die mich verarschen? K und schon in die Mitte. Auch nicht schlecht. Dazu sage ich jetzt zwar nix, aber... Hm. Jo. Hoffen wir, dass das gut geht, ne? Boah, nein. Ich bin doch so ungeduldig. Ungeduldig. Aber ich nehme jetzt mal 15 Minuten auf. Wenn es schon geht, dann mache ich das auch. Zehn sind schon um. Jetzt bin ich leicht verunsichert. So ein Tod hat schon ein paar... ...nachfolgen. Zum Beispiel einen zweiten Tod. So, lelele. Ganz sachte. Und jetzt, oder? Oder? Yes. Dankeschön. Nächster ist... ...garnisch mal mehr so einfach. Neun. Das Kind bin ich jetzt durchgejumped. In zehn Sekunden. Gut, in alten Zeiten. Wäre man doch nur wieder Kind. Ja, das wusste ich. Das war geplant. Für die Bananen, wenn ich schon so viel Leben verliere. Ich bin irgendwie schlecht geworden. Richtig schlecht. Ich glaube, da kann man auch mal zwei überspringen. Aber... ...nicht mit mir jetzt. So, machen wir noch ein Level und dann... ...Schnitt für heute. So ein fetter Schnitt. Danke für dein... ...Wiedersehen. Warten, warten, warten. Weiter, weiter, weiter. ...Aubacht. Das O. Das dauert nicht lange. Bisschen schneller, bitte. Ihr roten Bienen. Unzerstörbar. Die gelben, die kann man zerstören. Mit Fässern oder Papageien. Na, Güte. Das Ende. Gleich ist fertig. Ich glaube, noch so Geier kommen jetzt noch. Irgendwann. Nein, das war... ...schlecht. Wir leben nur. Das ist ja echt jemalisch. So, danke schön. Und raus hier. Okay. Okay. Ja, und an dieser Stelle hier sage ich Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.